Hallo, willkommen zurück bei Janni spielt. Ich spiele Planet Explorers, bin wieder auf große Rettungsmission. Nen begleitet mich. Irgendjemand fehlt ja immer. Und die muss ich jetzt wohl retten. Ich nähere mich schon dem Zielpunkt. Ich bin schon mal vorgelaufen. Wenn nicht immer so viel Zeit fürs Laufen verplempert wird. Rechts unten auf der Map sieht man, dass ich gleich da bin. Den Baum nehme ich natürlich noch mit. Wer weiß, was da drin steckt. Und ich soll Track Down the Dark Creatures. Also finden, wo die dunklen Kreaturen herkamen oder herkommen. Der Questmarker ist hier jetzt so. Denk sehe ich keine dunklen Kreaturen. Ah, oh, eine Höhle. Aber jetzt könnten wir weiter auf den Eingang starren. Oder wir gehen rein und fühlen den mal auf den Zahn. Also. Gehen wir mal in die dunkle, dunkle, bestimmt total gefährliche Höhle. Ja, das ist eine Person, scheint mir schon so. Na, wenn die da so rumsteht, scheint es ja doch nicht so gefährlich zu sein. Hitomi. Erst wieder ein bisschen mit ihr quatschen. Nach den dunklen Kreaturen fragen. Okay, sie ist auch gerade angekommen. Jetzt rennt sie weg. Okay, und ich soll in die Höhle und nach Überlebenden suchen. Nicht-Verhältnisse sind jetzt suboptimal. Aber das wird man in der Höhle ja auch erwarten. Sie sehen aber auch keine dunklen Kreaturen. Hier ist gar nichts. Ah, ich ziehe mal meinen Blaster an. Sicherheitshalber Lernhelpers. Wer sagt das? Ah. Also ich soll die Mama Bug Busy beschäftigen, während er die anderen befreit. Ich glaube, Mama Bug wird böse auf mich. Ich nehme mal, härtere Geschützer. Okay, so werde ich aber auch alle meine Granaten verballern, glaube ich. Gleich habe ich so. So, und nun? Oh, hier ist es. Was ist das denn? Also Mini-Spin-Dinger-Käfer. Whatever. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht den Namen abschießen. Ich schieße immer nur auf Felsen, oder? Oh, da ist einer bei mir. Geh weg. Drecksvieh. Oh, ist schon tot. Ach, die schauen das schon. Ich nehme erst mal das viele, viele Fleisch von Mama Käfer mit. Und jetzt? Ach so, Höhle verlassen. Ja, aber ich nehme auch ein bisschen Fleisch mit, kein Ding. Jetzt soll ich die Höhle wieder verlassen. Ich nehme mal an mit allen anderen in Begleitung. Eine. Oh, das reicht nicht, glaube ich. Na, kommt, Jungs. Ihr schafft das. Vielleicht auch nicht. Oh, ich grabe euch eine Treppe, ne? Und hier auch. Sind die alle ein bisschen nubiger. Jetzt alle da. Die hängen ja immer noch fest. Das glaube ich ja nicht. So stehen wir jetzt natürlich morgen noch hier. Und ich muss die alle mitnehmen. Die beamen sich hier nicht raus. So, jetzt haben wir es aber. Wir werden mal ein Blaster anziehen. Und nichts wie raus. Mehr scheint es hier jetzt auch nicht zu geben. Ja, wahrscheinlich ein paar Mineralien, aber ich bin jetzt gerade nicht auf Mineralien so. Also auch hier könnte ich mich dann später hinbiegen. Ja, haben wir es alle geschafft. Weil da ist jetzt auch so ein Symbol. Ja, wir haben es alle geschafft. Und darum bleibst du stehen. Ich will nichts wissen über diese Kreaturen. Headback klingt gut. Wo rennt denn der hin? Was heißt die? Gehen extra? Okay, dann kann ich mich ja beamen. Done. Sehr schön. You all made it back. I'm so glad I was expecting the worst. Check out who's here. Alfonso. Hey, want a trade? Hey, want a trade? Hey, want a trade? I'm gonna inventory all the equipment we have and see if we can get something more modern going. I'm sure Alfonso will want my imp... Oh, that's okay. Come back when you... Hmm? Later. Okay, da hatte ich mal wieder den Ton ausgeschaltet. Muss ab und zu mal sein. Na, zumindest habe ich die eine Quest jetzt erledigt. Und die haben alle noch ganz doll viele Aufgaben für mich. Aber ich wollte ja jetzt ein Auto bauen. Und deshalb gehe ich jetzt mal ins Baumenü. Okay, und suche mir aus ein Vehikel. Ich glaube, Small reicht erst mal. Okay. Dann gehe ich auf die Parts. Ich habe vier Holzräder. Später gibt es auch Rumi-Räder. Habe ich aber noch nicht. Also muss ich mit dem arbeiten, was ich habe. Nehme ich mir ein Holzrad. Habe ich einen Trike-Bau? Noch eigentlich keine schlichte Idee. Und da ein Rad hin. Und ich weiß nicht, wie groß das Cockpit ist. Ich mache das jetzt mal so. Das ist das Rad, das lenkt. Das muss man angeben. Ja, links und rechts, bitte. Okay, whatever. Okay, was ist das? Und jetzt muss ich das hier ein Stück hoch machen. So Achsenhöhe ungefähr. Genau. Und muss mit irgendeinem Material einen Rahmen bauen. Dann nehme ich mal, was habe ich am meisten? Weiß ich nicht. Eisen. Okay, ein bisschen weit weg. Damit verbinde ich das jetzt so ein Stück. Fünf. Auf der anderen Seite auch fünf. Okay. Huch, das sieht viel mehr aus. Ach ne, das war nur. Die Ansicht hoffe ich mal. Weil fünf ist fünf ist fünf. Okay. Jetzt ein Stück nach vorne. So. Das ist alles ein bisschen weit weg. Ich sehe das gar nicht richtig. Und das auch noch. Das ist. Nee, der Ansicht, das ist ein bisschen doof. Ich möchte das nach vorne haben. Hallo. Ich kann das auch nicht schieben. Ich habe keine Ahnung, warum ich da das nicht machen kann. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu spiegeln. Glaube ich. Nee. Nee. Nein. Ja, so, genau. So, ne. Äh, nein. Ja, so, genau. Okay. So, jetzt. Wieso geht das denn nicht nach vorne? Verstehe ich jetzt nicht. Ich möchte das hier. Eben ging es noch, komisch. Scheiße, irgendwas gerade falsch. Zeig dir mir doch blau an. Okay. Dann war irgendwas mit Shift und String. Nee. Shift. Was macht der denn jetzt? Nein. Sehr strange. Das ist diese Ansicht auch total komisch. Na jetzt. Ich konnte es auswählen, aber nicht machen. Das will ich da hinhaben. Machst du das bitte? Warum macht er das nicht? Ich habe nicht genug Material. Das ist seltsam. Okay. Das ist jetzt hier mal gucken. Das ist Selection. Ich probiere es mal mit einzelnen Blöcken. Das ist zwar mühsam, aber so geht es wenigstens. Okay. Ach, das ist nicht genau in der Mitte. Oder? Dammit. Das ist ganz schön kompliziert. Hier kann ich das wieder wegmachen. Hier kann ich das wieder wegmachen. Okay. So geht es also. Eigentlich müsste es schon die Mitte sein, oder? Ach nee. Ach nee. Nicht ganz. So. Muss ich das hier, das hier ein Stück verschieben. Und wie geht das? So. So. In die Mitte ist das jetzt. Wenigstens die Mitte. Sieht so aus. Okay. Alles klar. Und jetzt wieder zum Material. Und wieder das Eisen. Und jetzt packe ich das hier dran und hoffe, dass er es auf der anderen Seite simultan macht. Was er nicht tut. Warum tut er das nicht? Das verstehe ich nicht. Er sollte. Okay. Jetzt nochmal. Das müsste doch stimmen. mit Spiegels. Seitlich. Okay. Ich finde das sehr seltsam. Okay. Ich baue es einfach mit der Hand. Mir doch egal. kein Spiegeln weg. so. Irgendwie muss ich halt eine Achse bauen. Und vier. Die mache ich jetzt hier auch. eins, zwei, drei, vier. jetzt. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Jetzt binde ich die beiden. Ich glaube, ich brauche noch eins. Dass es ans Rad anhaut. Na, das ging doch jetzt wenigstens mal. Okay. Dann probiere ich jetzt mal das Cockpit einzubauen. Ist es das, was ich gebaut habe? Ja. Andersrum. Okay. Jetzt müsste ich noch wissen, wie ich das Ding drehen kann. Ich stelle es erst mal hin, so in die Mitte. und versuche es jetzt zu drehen. Das ist nur die Ansicht. Das muss doch drehen sein, oder? Ja. drehen. So drehen, so drehen. Ja, weil, geht doch. Möglichst gerade hindrehen. Ach komm. Ja, auch ein bisschen zäh. Okay. Und dafür brauche ich jetzt noch ein Unterblech. ein Stück runter gehen. Ein Stück runter gehen mit dem Grid, so wie das heißt. hier ist es wieder auf Material. Wie macht man denn? Ich habe noch nie einen Trike gebaut. Gut. Hier bräuchte ich dir jetzt irgendwie so eine Verbindung von dem Vorderrad zu dem Dingens. Ich baue erst mal das Unterblech unten drunter. Ein Stückchen hoch. Nee, ein Stückchen runter. Eins. So. Okay, probiere ich das jetzt mal. Ich will jetzt nur eins hoch haben. Das reicht. Da fehlt eine Reihe. So. Sehr schön. Hinten baue ich noch was dran. Das sieht doch gut aus. So, wie verbinde ich das jetzt? Kein Plan. Ich sollte öfter mal Motorräder bauen, dann würde ich das auch hinkriegen. Okay, da fehlt schon wieder eine Reihe. Ach, was war das denn? Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ach, es ist wieder auf Selektion. Das wollte ich doch gar nicht. So. Tja, ich weiß nicht, wie verbindet man das denn? Einfach mal dort drüber ziehen. Ach so, ich muss das auch hier ein bisschen auf einer Seite zumindest ein bisschen breiter machen. weil da noch die Engine hin muss. Und jetzt Parts. Dum 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 dum. Das da. hier hin. Okay. Ach ne, die Engine brauche ich auch noch. Ui. Wie groß ist die denn? Ordentlich. Verdammt. Okay. Dann schiebe ich das doch einfach ein Stück nach hinten. Und das ging hier. Ich krieg das schon noch hin. So. Mach ich das ein bisschen länger. Das ist aber auch echt umständlich, finde ich jetzt. Okay. So. Das ist einigermaßen. Das ist doch schon wieder total schimpf. Ich habe doch gezählt. Das kann doch gar nicht sein. Das ist strange. Ich lasse das jetzt gerade mal so. Und verbinde die beiden einfach mal so. Engine eins. kommt hier vorne dran. Und hier vorne dran. Und hier vorne dran. Und hier vorne dran. die anderen Räder noch verbinden. Irgendwie. ich will es nicht zentral haben. Ich will nur wissen, ob ich auf dem Reifen bin. Sieht man aber irgendwie sehr schlecht. Ich muss den Grit wieder ein Stück hoch schieben. Und verbinde das einfach mal. mal eins. Und. Nummer zwei. Das Ding ist total schief. Weil mit dem Vorderrad. Das ärgert mich. Ich habe das doch ganz gerade gemacht. Und genau abgezählt. Und trotzdem sieht es irgendwie total schiff aus. Das verstehe ich nicht. Naja. Jetzt baue ich noch so eine Art Rahmen. Wenn ich es hinkriege. Huch. Falsche Richtung. Und die beiden verbinden. Hier geht es auch. So. Kann ich eigentlich auch schrägen machen. Keine Ahnung. Wohl nicht. Vielleicht damit. Huch. Ja. Damit. Sehr strange. Nein. Das war nix. Das ist gefummelt. ein Stückchen. 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 habe ich auch, aber ich wollte noch einen Zusatzsitz montieren, damit ich Leute mitnehmen kann. Ich finde das total doof, dass man das nicht schieben kann. Naja, ätzend. Naja, erst noch ein Stück Dings bauen, Schutzblech mit Eisen. Ach, das nervt mich total, dass ich das nicht darüber schieben kann. Ich sehe doch überhaupt nichts. Mann, Mann, Mann. So, ich das höher bauen. Das wird ein massives Gefährt, aber hey. Das wird es schon verkraften. Ach. Ne, also ich finde an der Technik könnten sie noch arbeiten. Ich bin hier auch einfach nur zu doof dafür. Das Ding wird eine Tonne wiegen. Gut, Ding will Weile haben. So, Parts. Seit Sitz. Okay, der ist ganz schön groß. Und den würde ich jetzt gerne wieder drehen. Den da. Kann ja auch seitlich sitzen, oder? Kein Ding. Heißt doch, Seit Sitz. Den habe ich auch noch nicht gebaut, also hätte ich das jetzt eh nicht machen können. So, aber ich habe alle Teile miteinander verbunden. Puh, meine Güte. Jetzt speichere ich das Ding mal. Was ist das speichern? Ja. Save. Ich nenne es... Dreik, genau. Tolle Idee. So. Save. Okay. Und übertragen wird es hier. Allerdings fehlt mir, wie gesagt, der Sitesitz noch. Deswegen gehe ich hier jetzt mal raus, meine Güte, und baue mir einen Sitesitz. Da. Hier Plastik. So, aber jetzt. Muss ich das Ding laden? Ach. Geh doch fort. Mein Weg, Weg. Wo ist denn mein... Ach hier. Esu. Vehicle. Strike. Da ist er. Und jetzt müsste ich den auch übertragen können. Export. Enjoy. So. Und jetzt, wo ich das habe. Da, da, ist mein Strike. Ist es nicht hübsch? Äh, äh. Es wird rückwärts. Es ist genau seitenverkehrt. Wieso das denn? Habe ich die Maschine falsch rumtritt? Okay. Ja, sehr nett. Es war ein Versuch. Ich glaube, es ist einfach falsch rumtritt. Das ist die Maschine. Aber das kann ich dann beim nächsten Mal richten. Das dem geht sowieso viel zu schnell leer. Habe ich gehört. Das wäre ja schade, wenn das... Nein, ich wollte auch nicht einsteigen. Get. Jo, mein erster Versuch. Coole Sache. Ja, das war es auch für diesmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.